Guten Morgen, was? Soll es noch nie? Jetzt habe ich mir aber dichter gedacht, wir werden nicht verwendet aus Wasser, wir kochen die Würste. Ja. Dass wir noch die Würste schneiden. Ja. Wir können nicht das Gründnis geben, dann kannst du nicht da drin treffen. So. Weniger Kuhfäck, oder? Nein. Danke. 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 Danke.